So, und Willkommen zu der nächsten Portal 2 Folge Wo uns eine Portal ist Also Ich bin dazu Begrüßt Entschuldigung Ich hoffe ich hab dich nicht gestört So klingen Bücher Wenn man die Seiten umblättert Damit hab ich mich gerade beschäftigt Bücher lesen Ich bin also kein Schwachkopf Bin gerade mit dem schwierigsten fertig Machiavelli Weiß nicht wo das Problem sein soll Ich fand's ziemlich einleuchtend Hast du's gelesen? Wohl nicht Gut, weiter im Test Wenn doch nur mehr Bücher da wären Ich bin noches Du bist Bitte Ich bin nochsu So... 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 Das hat er ausgepackt, ok. So, dass ich ihn jetzt abschalten kann. Ok, das hat er ausgepackt. So, jetzt machen wir, dass ich das mache. Das ist ein Wälder, das ist ein Wälder, das ist ein Wälder, das ist ein Wälder. Und dann bin ich mit der Leer. Und dann bin ich mit der Leer. Und der Team hat damit jetzt... Upsala, jetzt habe ich die dahin positioniert. Äh, das ist so schlimm. Der ist weg. Und der ist dahin. Dann bleibt der hier runter. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, Bevor... Warum machst du mir das Leben so schwer? Ich sagte schon, dass er für viele Entscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrecht zu erhalten. Na, das klingt ja gut. Ach, meine schöne Anlage. Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze... Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Okay. Okay, wir lassen ihn erstmal rüber dehnen. Okay, ich muss uns noch rüber. Okay, ich muss uns noch rüber. Okay, erstmal rüber fahren an sich. Stopp, 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 stopp. Mann, das ist so weh. Also da hinten. Das ist mir jetzt halt gut. Laser aus. Die lasern sich wieder an. Das erste. So, dann fährst du nur nach der hinten. Ah, dann fährst du nur nach der hinten. Kann er jetzt auflaufen? Kann er jetzt auflaufen? Oh, das ist weiter So Trigger, 2-9-3-0-1-1 So Es wird da nicht auflaufen Aber ich denke, dass ich da nicht auflaufen habe Ich denke, dass ich da nicht auflaufen habe Wenn ich da nicht auflaufen habe Okay, das ist Ja So... So... Der muss da nicht rüber 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 Oder der muss da nicht rüber Das war's Und das war's Und da Und da ja wie ich diese wie kann man da los wiedersehen in der nächsten Folge bis